Wer in Freiberg studiert, der landet schon mal hier. Also wir sind jetzt hier im Abbau. 150 Meter tief unter Tage. Wir haben hier unseren Erzgang. Dort vorne war er etwas mächtiger, dann wieder etwas verwitterter. Hier sieht man ihn ganz gut. Die reichen Silberfunde vor über 800 Jahren machten die Stadt im Laufe der Zeit berühmt. Könnt man anfassen, es ist wirklich sehr größenlich und sehr schmierig. Heute dienen die Stollen der Forschung. Das Bergwerk gehört der Universität. Einmal aufdrehen. Achtung, es wird laut. Bitte Ohren zuhalten. Seminare unter Tage, das ist europaweit einmalig. Bergbaustudenten, Geologen, Vermesser, sie sollen ein Gefühl dafür bekommen, wie es am künftigen Arbeitsplatz sein könnte. Abgeschreckt hat es eigentlich noch keinen. Also es ist eher die Faszination hier unten dann auch mit dabei zu sein und Praktikum durchführen zu können. Das hat mich auch fasziniert, als ich hier angefangen habe zu studieren, dass es eben diese Möglichkeit gibt hier. Weit über dem Bergwerk der alte Förderturm. Er thront noch immer über der kleinen Stadt im Erzgebirge. Gleich um die Ecke vom historischen Obermarkt, das Hauptgebäude der Bergakademie. Ressourcen-Universität nennt sie sich heute und geht vor allem der Frage nach, wie sehen Technologien für die Zeit nach dem Erdöl aus. Vielleicht so, indem sie Braunkohle mit Gasen mischen? Die Wissenschaftler der Bergakademie feilen an einem ganz besonderen Reaktor, ihrem Kiwan, um Alternativen zum Erdöl zu finden. Das heißt, es kommt nur aus einer Versorgungsleitung. Wir können Wachse erzeugen, wir können Benzin erzeugen, es können andere, es können Methanol erzeugt werden, andere chemische Produkte, die irgendwo alle derzeit aus Öl gewonnen werden. Und damit haben wir natürlich einen Ersatz dieser ganzen Produkte dann auch für die Zukunft. Die Wirtschaft profitiert nur davon. Als Wirtschaftsstandort profitiert Freiberg längst von der Universität. Auf alten Industriebrachen hat sich Hochtechnologie angesiedelt, wie die deutsche Solar AG. Und auch der Mittelstand ist mit der Bergakademie eng vernetzt. Ein Beispiel, das Unternehmen Xerion. In der Manufaktur stellen sie Hightech-Öfen her. Eine Idee, die der Chef hatte, als er in Freiberg promovierte. Über 2000 Grad können sie heiß werden. Uwe Lohse verkauft die Öfen auf vier Kontinenten. Alles Spezialanfertigungen. Dieser geht nach Sibirien. Durch die Universität und die anderen Unternehmen, die es hier am Ort gibt, ist es Freiberg bekannt als Zentrum, wo neue Materialien hergestellt werden, wo neue Metalle, neue Keramiken, neue Halbladermaterialien hergestellt werden können. Und wo die entsprechenden Fachleute auch sitzen. Unter Tage heißt es Schluss für heute. Und auch wenn es natürlich spannend ist, selbst Bergbau-Doktoranden wie Toni aus Indonesien sind froh, wenn sie wieder heil oben ankommen. Also Helm ab, Gummistiefel aus und zurück in die Bibliothek.